Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Florida Gaming. Wie ihr im letzten Video schon mitbekommen habt, sind wir auf der Suche nach der zweiten neuen Mitbewohnerperson auf meiner Insel und wir haben in der letzten Folge genau diesen Tag schon gespielt und schon ich glaube 20 Tickets ungefähr verballert. Keine Ahnung, wir haben noch 15. Wir haben noch, nee, wir haben 14. Wir haben jetzt noch 14 weitere. Ach und die Person, die jetzt hier auf uns wartet, werden jetzt mal zusammenschauen, wer das denn ist. Wir haben die Hoffnung, dass ich die... Ein Haselhuhn! Meine Hoffnung war so hoch. Ich wollte sagen, wir haben die Hoffnung, dass sie mehr Ticketmann benutzt, dass so schönere Menschen kommen, but guess what? Nein, umso seltener wird kommen. Das ist selten! Ein Haselhuhn! Er ist selten! Ein Haselhuhn! Das ist ein Haselhuhn! Ich kann nicht mehr... Auf jeden Fall sind wir weiterhin auf der Suche. Wir haben in der letzten Folge schon die gute Ali, die gute Birgit, alle hinter uns gelassen, in der Hoffnung... ...dass nur was Klasseres kommt. ...auf dem Boom Boom Garn und ähm... ...ja... ...wir benutzen jetzt alle Tickets. Gut, nach diesem haben wir nur noch 13. Mein Gott, ich werde langsam wirklich nervös. Nachher wird's bestimmt der Hans. Was für'n Hans. Der Gorilla. Der ist das. Der Hans. Hans war schon iconic. Hans. Hans war wirklich... Wo hieß der wirklich Hans? Ja, bei Tim auf der Insel. Das war der gute Hans. Aber das war ja... War das der gleiche? Nein. Das war ein Gorilla. Also der muss ich schon sagen, der hatte... Der Alfredo. Hieß der Alfredo? Ja. Alfredo. Ja. Aber... Let's see. Okay. Mein Gott. Ist mein Nippenstift in die Waren? So ziemlich, ja. Ja. Wir sind so klein, man sieht ihr fast nix. Guess what? Ah. Uh, ist Schihaar nicht. Ich bin immer auf der Insel. Das ist eine Prie. Hast du die? Ja. Irgendwie ist sie ganz süß. Aber... Hätte ich dir geben können, dann möchte ich ganz gern los. Ist die nervig? Nein, sie ist nett. Sie ist immer wieder berühmt werden und wieder mal dann Fotos machen. Brass, 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 Brass. Marvin, don't need more Brass. Do anything for Cloud. Hey, do anything for Cloud. Do anything for Cloud. Do anything for Cloud. Hast du eigentlich anythings hier, Mama? Hm. Leopard? Gepard. Was ist nochmal der Unterschied zum Leoparden? Der Gepard? Ja, diese Streifen. Am Mund? Ja. Ja, sie müssen rechts. Außerdem hat der... Ach, ja. Eine Katze, die die Krallen nicht einziehen kann. Mhm. Der hat ja ein kleineres Gebiss als die anderen Raubtieren und... Oh! Was ist denn der Sache? Ich kann nicht mehr. Auf dem. Not the Astrid. Mein Gott. Die hab ich letztens schon mal gesehen. Was hat man sich dabei gedacht, als man die erstellt hat? Oh, das ist schön. Oh! So, someone Delusional hat sie gezeichnet. Ach, komm, denk du mal, du bist Pokémon. Die Pokémon sind größtenteils sehr süß. Das ist auch was, was ich noch spielen will. Pokémon? Fun. Wenn ich gleich bei Waffa battlen gehen muss. Nach 9-Meilen-Tickets. Nicht nix, du wirst jetzt mal auskommen müssen. Nein. Die endlose Suche. Geld. Was ist das da hinten? Ein Atem. Ist ein Geier? Der ist selten. Sind die Geier wirklich selten? Das war kein Geier, das war einfach ein Atem. War doch ein Geier, der hatte doch ein rotes Gesicht. Ah! Was bleibst denn du so? Das ist frisch. Guck da, der hat doch ganz roten Kopf. So war das nicht. Kann ich alles dabei? Scheine. Du kannst es kaufen. Ja, mit Meilen. Nein, mit Geld. Nee. Mit Meilen. Ah! Was? Die Haski ist denn in der Wacke? Wo hast du denn dafür? Brauch ich die andere für die Gesteine? Nein. Ich muss nur gegenhauen, ne? Ja. Dafür krieg ich so viel Cash. Ja, ja, Ruhe jetzt. Ich will da Geld haben. Meinst du so spannend? Ja. Guck mal, voll interessant. Ich sammle Geld ein. Wow. Beste Folge. Los, spring! Okay. Du siehst nicht glücklich aus. Entschuldigung. Du bist so unentschlossen. Unentschlossen? Ich bin sehr entschlossen. Ich sag immer nein. Ich hab letztens auch 31 Meilen-Tickets gebraucht. Nein! 31. Na, jetzt haben wir ja auch schon über 20. Wirklich. Das kann doch nicht eingehen. So viele Meilen-Tickets. Du, wir haben doch 40 gehabt. Wir haben schon 30 verbraucht. Ja. Aber ich muss dann wirklich auch mit dem Hund gehen. Ja, ich sag doch. Weil der ... Ja. Und ich will auch wissen ... Ich will wissen, ob ich jetzt irgendwann ... Ei, ei, ei. Was willst du denn jetzt wieder sagen? Ich hab's schon gesehen. Was denn? Larissa, die hat Rafa. Sie ist schon süß. Die hat Rafa, die Larissa. Larissa gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Wie findest du Larissa? Ich find sie total süß. Rafa hat dir gleich was anderes zu anziehen geschickt. Eigentlich ist Larissa schon eine Süße. Dann hast du auch schon einen Schwang. Sie ist süß. Also ich fand sie da ... Wir haben sie auch zusammen gefunden. Richtig goldig. Sollen wir Larissa nehmen? Sie ist wirklich süß. Sie ist schon süß. Sie ist schon süß. Du kannst, bevor du die Frage stellst, nochmal einmal rumflitzen. Nee. Jetzt musst du. Ich muss entscheiden. Also ich würd sie nehmen. Sie ist total süß. Ich nehm Larissa. Mein Gott, wir haben es geschafft. Ich kann es nicht glauben. Aber sie ist süß. Sie ist ganz süß. Süß. Sie ist ganz schöne Spänze. Sie ist sogar süßer als Knieki. We did it. Finally. Ah, wie süß. Gott, find ich dich. Ich will das, ey. Komm. Ja, meine lieben Freunde. Das war's von diesem Video. Es hat sehr lange gedauert. Das ging sehr schnell. Oh nein. Ich schneid das zusammen, Mama. Es waren nur 10 Minuten. Das ist nicht ein drittes Video. Ein zweites. Das ist das andere Auto. So, meine lieben Freunde, wir haben endlich eine weitere Mitbewohnerin. Denn die gute Larissa ist es geworden. Oh, süß. Das ist gar nicht mehr. Wir haben aber trotzdem, mein Gott, guck mal. Wir haben 30 Tickets gebraucht. Wir haben insgesamt 34 Tickets gebraucht für zwei Bewohner. Oh mein Gott. Und mit Lilly, weil wissen wir ja immer noch nicht, ob wir so ganz zufrieden sind. Also ich schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst euch ein Däumchen nach oben da. Aber es gibt noch zwei weitere Mitbewohner, die ausgetauscht werden müssen. Kann ich mir die hier angucken? Ich glaube nicht, ne? Nein. Aber ich bin sehr froh. Silvia, she's gone. She's wirklich weg. Jetzt ist nur noch Tabea, die hässliche da. Die musste ich noch loswerden. Das folgt dann demnächst. Macht die Push-Notification, um kein weiteres Video zu verpassen. Abonniert uns. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Bye. Tschüss. Du hast doch noch den Goale. Mein Gott, den hässlichen gibt's ja auch noch. Ja, du hast den grünen Bär und den blauen Goale. Ich möchte mich erschießen. In同 West. Pfands dazu und i禮� logarith Jay.